Hallo, jetzt kommst du auf Folge Erdes 19 auf der Hof Bergmann. Ne, auf der Hof Bergmann. Ich kauf halt ein paar Kühe. Wie viel hab ich denn jetzt gekauft? 5,50 nur. Okay. Ein bisschen wenig. Es gibt aber noch Weiden hier. Ah, hier sind wir schon, das ist geil, diese Kuhweide. Das ist halt richtig cool. Kuhweiden, das ist echt, also das gefällt mir. Was die Frage ist, wie kommt man hier rein? Oh, wie viel kostet denn die Kuhweide? 300.000, das ist eigentlich nichts. Wir können eigentlich mal unsere Golumpe hier verkaufen, was wir im Lager haben. Preis geht eigentlich. Wenn ich ein bisschen hochgehen würde. Oh, Rapspreis geht auch. Sonnenblum nicht. Der ist ein bisschen arg im Keller. Wenn wir das alles verkaufen würden, hätten wir schon ein bisschen Geld, ne? Kann mir mal gar nichts sagen. Ich weiß nicht, dass wir das machen. Schöne, dass wir das machen. Ich weiß nicht, dass wir das machen. Ich muss jetzt gar mal meine Klimalage anmachen, dass wir jetzt... Warum? Ähm... Habe ich irgendwas verpasst? Ach hier! Schon wieder gewachsen. Da hab ich mir gedacht, wo ist denn die Wiese hin? Gibt's ja nicht. Ich glaub hier ist ein bisschen Gras weggegangen. Wusst man nicht. Ne, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier kann man eigentlich... Das wär jetzt richtig cool, wenn hier der Helfer gehen würde. Nice. Funktioniert. Geil. Kann sein, dass wir ein bisschen rauschen im Hintergrund setzen, aber mir ist echt... Sau warm. Hier ist der Fendt. Da ist der Ladewagen dran. Ich wüsste wo der ist. Was? Wo ist denn der Ladewagen? Das ist die Frage, wo ist der Ladewagen? Wir haben sogar ein Wickler, ey. Wahnsinn. Brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir können da einfach das in das Ferment der Dinge rein tun. Da ist er doch. Kannst du auch in Wendegreis wie sonst was, ey. Ja. Oh. Ja. Ja, okay. So, dann wollen wir das mit dem hier abfahren. Das fährt ja auch schön schnell. Mal gucken, gibt es hier auch wieder so ein Ding, wo man die Kühe reintun kann? Lass den hier nachher laufen, ich glaube es nicht. Nein, gibt es nicht mehr. Ja, das gab es ja im 17er. Nein, gibt es nicht mehr, egal, kann man eigentlich auch mit normalen Kuh an der Elbe, mit normalen Tieranhänger machen. Gucken, da einen, nein, gibt es auch nicht, gut, kann man, ah, da ist die falsche Kategorie drin. Hier. Könnte man, oh, vier, fünf, das ist eigentlich gar nichts, ne? Geht nur noch vier Stück rein. Kann man eigentlich auch den hier nehmen, ne? Ich muss den sogar nicht hin, weil ... Ne, der andere würde auch gehen. Nehmen wir den hier. immer gescheiten reifen drauf hat es eigentlich so schön er zinkt immer gut in der schwarzen planung gut ist dann ist er nicht so auffällig so fertig gekauft ende auch so ein anhänger und kein geld mehr ich glaube dass wir den müllsäcken gibt es ja nicht jetzt auch cool haben wir uns ja gesammeln warum nicht alles läuft da mit dem schwarzer helfer ja es geht sogar vom ertrag her ist es nicht bombe aber ist auch nicht gedüngt oder so eigentlich nichts gemacht man muss ja die handfläuze eigentlich mal raus machen wollen wir ja nicht die reifen unnötig ab muss ja nicht sein das kann man eigentlich mal einen schönen grünscher machen der feld sieht schon einfach geil aus da kann sie nichts sagen und hinten sieht es immer ein wusten aus finde ich so finde ich so finde ich eigentlich mal noch cp mit rein nehmen eigentlich auch ganz cool aber das ist wieder ein bisschen arg ich kann schon gar nicht mehr reden jetzt schon die dritte folge am stück wurde wieder aufnehmen das habe ich schon lange nicht mehr gemacht aber gut es einfach spaß macht alles voll ja der erste lage keinen bock fahrsitzig drin gehabt keine lust auf alles oder allgemein spielen wahrscheinlich ein bisschen lust aber ich nehme halt auch noch auf privatspielen tue ich eigentlich gar nicht eigentlich wie die aufnahmen mehr mache ich eigentlich nicht mehr so wirklich manchmal ich habe einen Röntgen ETS aber ich bin nicht mehr viel aber das reicht ja so auch also es ja ging es denn hier hoch ne hier drüben glaube ich oder ne doch so auf der anderen naja und doch hier die auffahrt hochfahren habe ich mir das noch gedacht na komm fahr mal einmal die runde was solls halt muss es ja ein bisschen vorproduzieren wenn ich verjahre dann auf klassenfahrt und ich wollte es schon mal versuchen am stück mal wieder jeden tag wenigstens noch ein video zu bringen was dann wieder ein bisschen aufwärts geht weil der kanal schon ziemlich gelitten da ich nichts rausgebracht habe also man merkt es schon in den Aufrufen da geht gar nichts mehr mal gucken muss man da rein fahren ich weiß es gar nicht doch einfach mal heller fahren schon voll. Ah, Klee? Ja, es gibt sogar Klee. Aaaahhh, müssen wir kurz erst gucken. Kann man? Sie sollte Klee sein. Kann man verkaufen. Kann man den noch ansehen? Oh, das wäre ja richtig cool. Wenn man Klee einsehen kann und den mähen kann. Einsehen und mähen. Das wäre cool, wenn es gehen würde. Ah, hier. Nicht aufgelistet. Ne. Ölrettich. Okay. Ne, das ist hier nicht drin. Schade. Ist ja cool. Mal ausprobieren, einfach mal Klee einsehen und den dann mähen. Arme Leute, das war so ein Gefühl. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo lassen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 10 11 11 13 13 15